Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, denn gleich haben wir es geschafft. Noch einmal Kaffee und Kuchen für diese Woche und dann ist endlich Wochenende. Wie schön. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe im Chat schon gesehen, der Markus ist dabei und der Andreas ist dabei. Schön, dass ihr mitschreibt. Heute am 11. September. Hashtag Never Forget 9-11. 14 Jahre ist es jetzt her, als die Welt gefühlt für einen Augenblick still stand. 14 Jahre ist es her, dass ein Flugzeug in New York in das World Trade Center raste und tausende von Menschen ihr Leben verloren haben. Und es kann sich wahrscheinlich jeder noch genau an den Moment erinnern, wo er gerade war. Ich war zum Beispiel bei meinem allerletzten Kinderarztbesuch mit elf Jahren und habe es dort im Fernsehen gesehen. Wirklich ein emotionaler Moment, auch im Netz. Da geht es auch dementsprechend sehr emotional zu. Wie zum Beispiel der Sebi schreibt, Gänsehaut und ein kalter Schauer zieht über den Rücken, wenn man nur daran denkt.